Moin moin und herzlich willkommen zum Purple Talk, dem lila-weißen-Fan-Podcast hier auf Spotify, YouTube und Co. Freunde, herzlich willkommen zur Folge Nummer 5. Natürlich wieder mit Sven am Start. Moin moin. Moin. Und wir haben natürlich wieder einen Gast am Start und zwar ist das der Lorenz. Stell dich eben kurz vor. Und moin moin. Ja, moin erstmal in die Runde. Lorenz, 26 Jahre alt, bin ich aus Osnabrück. Und war auf L-Fan eigentlich immer seit Kindheitstagen. Alle Kurven schon durchgemacht und ich danke euch erstmal für die Einladung und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch hier in den nächsten Minuten. Sehr gerne, das sehen wir genau so. Ja, es ist einiges passiert mal wieder. Es ist jetzt eine Woche her. Wir haben den Podcast leider wegen meinem Geburtstag einen Tag später jetzt aufgenommen und ihr hört den noch einen Tag später. Dennoch ist in dieser einen Woche sehr, sehr viel passiert. Letzter Stand war, der neue Trainer stand noch nicht fest und wir waren vor dem Spiel Saarbrücken. Jetzt haben wir einen Punkt mehr auf dem Konto. Dannebeck ist nicht mehr Trainer. Tobias Schweinsteiger hat übernommen. Und wir haben einen Neuzugang. Und da gibt es auf jeden Fall einiges heute zu besprechen. Nachher gibt es auf jeden Fall noch das Quiz, was wir letzte Woche angefangen hatten. Diesmal ist Sven der Quizmaster und ich trete gegen Lorenz an. Und ja, Sven hat auf jeden Fall schon gesagt, dass es einige coole Fragen sind. Sehr interessante Fragen, da freue ich mich schon nachher drauf. Aber ich würde erst mal sagen, wir beginnen chronologisch und reden über das Spiel am Samstag gegen Saarbrücken, das Heimspiel, was mit 2 zu 2 ausgegangen ist. Ich weiß nicht, Sven, möchtest du vielleicht anfangen? Vielleicht auch kurz vorher sagen, hast du im Stadion geguckt oder zu Hause? Ich kann anfangen. Ich war wie jedes Heimspiel im Stadion. Vorbildlich? Und ja, Heimspiel ohne Stadion ist, also ohne Stadion ist irgendwie langweilig, ne? Ja. Aber, seien wir dahingestellt. Zum Spiel, ich finde, wir haben eine komplett ausgewechselte Mannschaft gesehen. Also, alles das, was wir die Male davor bemängelt haben, war vielleicht nicht so 100% da, wie wir es gerne da hätten oder wieder da hätten, wie es letztes Jahr teilweise war. Aber zumindest soweit wieder da, dass die Ansätze funktioniert haben und wir endlich mal mehr als gar kein oder nur ein Tor geschossen haben. Im Endeffekt ist mir wieder aufgefallen, dass die anfängliche Abwehrstärke, die wir so extrem hatten, teilweise jetzt ein bisschen anfängt zu wackeln aus meiner Sicht, weil es sind wieder aus meiner Sicht zwei Tore gefallen. Die hätten so nicht fallen dürfen müssen. Beim ersten Tor ist der Ball eklig weggesprungen. Aber der wäre, hätte nicht eklig wegspringen müssen, wenn der Spieler, ich weiß gar nicht mehr, wer genau da zusortiert war, dem Saarbrückner richtig zusortiert gewesen wäre. Ich glaube, das war Köhler, wenn ich kurz eingrechtschen darf. Kann sein. Wäre er richtig zusortiert gewesen, wäre der Ball nie so weggesprungen oder geschweige denn niemals auf den Fuß von demjenigen gekommen, der geschossen her hat. Beim zweiten Tor, ja, war kein besonders schlechter Steckpass. Aber trotzdem fehlte da auch wieder jegliche Zuordnung zum Gegenspieler. Und Kühn sah für mich da auch nicht besonders gut aus. Den Ball hätte er haben müssen, wenn er zwei Schritte vorher rausgegangen wäre und ihm entgegengegangen wäre. Er hätte ja gar nicht die Chance gehabt, so ins Eck abzuschließen. So muss ich sagen, nach vorne hin, wie immer, es wird wieder viel zu spät geschossen. Haider hatte in einer, was war das, acht Minute oder so, die erste, ich nenne es, hundertprozentige Chance, spielt das Ding dann in die Mitte. Und ich dachte mir in dem Moment nur so, als er in die Mitte gespielt hat, ja, dein schwacher Fuß ist rechte, aber das Ding wäre auch mit dem rechten drin gewesen. Da hätte der Torwart auch nicht mehr viel machen können. Aber dass du deinen Mitspieler in der Mitte nicht erreichst, war abzusehen, weil der Saarbrückner stand da perfekt zwischen. Ja, dann der Freistoß zum 1-1 zwischenzeitlichen 1-1 Ausgleich von uns war dermaßen beschissen getreten und mit weiß ich nicht wie viel Glück überhaupt am Tor gelandet. War das ein Freistoß? Ja, ja. Das war der Freistoß, den Haider flach unter der Mauer herschießen wollte. Der aber nicht flach drunter hergegangen ist, sondern hochgesprungen ist. Und dann irgendwann auf Sima Kalla gelandet ist. Sima Kalla hat dann, ähm, per Volley draufgeschossen, per Volley. Dann ist der durch die Beine von Batz gerutscht. Und dann hat der Haider den quasi nur noch drüberziehen. Das war das erste Mal seit langem, dass ich sagen muss, dass einer unserer Stürmer genau da stand, wo er stehen musste. Von daher, in dem Moment kann man keinen großen Vorwurf machen, außer dass der Freistoß meiner Meinung nach so beschissen getreten war und wir echt Glück gehabt haben, dass er da gelandet ist, wo er gelandet ist. Ja, und das zweite Tor. Du, Kain Saarbrückner hat sich Köhler zugeordnet gefühlt. Köhler hat seinen Lauf machen, den er immer macht. Und hat dann abschließen können. Und dass er dann drin ist, hat man ja bei Köhler jetzt schon mehrfach gesehen. Denn solche Schüsse kann der einfach. Ja, und ansonsten. Ich weiß nicht, mir hat irgendwie keiner besonders gut und keiner besonders schlecht gefallen. Waren alle irgendwie so ein Mittelding. Wenn ich Noten verteilte, wären die alle so zwischen 2,5 und 3. Hätte ich die eingeteilt. Interessant auf jeden Fall. Ich sehe fast alles ganz anders oder teilweise anders. Ich ergänze einfach nur nochmal, weil du hast bisher das Spiel so mehr oder weniger chronologisch durchgegangen. Ich fand, und das muss man vielleicht auch erstmal ansprechen, Charter war ja auf der Bank, nicht auf der 6, nicht in der Infanterie. Also ein Bärmann hat gespielt. Hat ein überragendes Spiel gespielt. Man muss sagen, wenn er so weiterspielt, dann ist das auch der Bärmann, der mir gefällt. Und dann ist das auch der Bärmann, der eigentlich ist und sein sollte. Der hat unglaublich viel Ruhe ausgestrahlt. Unglaublich viele Zweikämpfe gewonnen. Hat mir einfach extrem gut gefallen. Das muss man vielleicht auf jeden Fall erwähnen. In der Offensive muss man leider wieder sagen, war Haider grottenschlecht. Bis auf die eine Situation, wo er halt einfach da steht, wo man als Stürmer stehen muss und den über die Linie drücken muss. Aber das fehlt mir noch ein bisschen. Also es ist noch einfach zu selten, dass das passiert. Und wie gesagt, vielleicht fehlt ihm auch einfach gerade dieses Selbstvertrauen, da einfach mal aufs Tor zu schießen. Weil es ist ja nicht nur bei Haider so eine Offensive, sondern es wird halt sehr, sehr viel vorne, vor dem Tor, um den 16er herumgepasst. Weil keiner sich den Mut nimmt, aufs Tor zu schießen. Das war dieses Spiel ein bisschen weniger der Fall, aber in vielen Phasen dennoch immer noch am Start. Es hat sich aber so ein bisschen gebessert. Vor allem Simakala hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Dann muss ich sagen, das erste Gegentor muss man einfach früher in den Zweikampf gehen und halt näher am Mann stehen. Beziehungsweise, wie du schon gesagt hast, der Torschütze, ich weiß nicht mal genau, wer das war, da war halt niemand. Beim zweiten Tor war es einfach ein super Pass, wo du einfach als Innenverteidiger hellwach sein musst. Und das war Jamfi einfach nicht. Und dadurch hatte der Stürmer halt ein, zwei Sekunden Vorsprung. Den konnte Jamfi nicht mehr aufholen. Und es ist wieder mal auffällig, dass der Ball einfach an Kühen vorbeikullert. Es sieht vielleicht irgendwie so im Fernsehen, im Stadion so aus. Aber irgendwie ist das dieses Jahr häufiger passiert. Und jedes Mal aus seiner Sicht links an ihm vorbei ins lange Eck. Weiß ich, ob das jetzt so ein roter Faden ist, der sich so durchzieht und die Leute mittlerweile wissen, okay, da können wir den einschieben. Aber das ist mir halt auch so aufgefallen. Und ich muss natürlich dazu sagen, wir sind wirklich durch zweimal, also zweimal in Rückstand geraten und trotzdem zurückgekommen. Gegen eine Mannschaft, die die einzige Profimannschaft bis dato war, die noch kein Gegentor kassiert hatte. Und wir haben ja vorher auch nicht so viele Tore geschossen und haben dann plötzlich zwei gemacht. Also muss man auch erwähnen, glaube ich, dass das auch schon mal in die richtige Richtung geht. Du hast es ja, glaube ich, erwähnt, dass du die Verteidigung ein bisschen schwächer fandest als sonst. Ich fand sie eigentlich ganz gut, bis halt auf die zwei Gegentore. Das waren so zweimal individuelle Fehler, die halt zum Tor führen. Und das ist, auf der einen Seite passiert das, auf der anderen Seite ist es natürlich auch stark gemacht, dass Saarbrücken genau diese Situation nutzt und daraus dann zwei Tore macht. Weil am Ende des Spiels waren drei Torschüsse auf der Seite von Saarbrücken. Davon halt die beiden, die zum Tor führten. Also ansonsten haben wir ja gut verteidigt. Und ja, 2-2 ist dennoch gut. Saarbrücken war weiter oben in der Tabelle angesiedelt. Ich glaube, die hatten noch kein Spiel, beziehungsweise haben sie jetzt immer noch nicht kein Spiel verloren, ist immer noch ungeschlagen. Im Großen und Ganzen, Dannerberg zwei Spiele, zwei schwere Spiele vor allem. Zwei Punkte geholt, nicht verloren. Drei Tore geschossen, auch wieder nach Führungen zurückgekommen. Im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, darauf aufbauen. Und ja, können wir auf jeden Fall in die Zukunft blicken. Wir reden natürlich gleich noch über den neuen Trainer, was er dann so mit einbringen kann. Ich weiß nicht, Lorenz, hast du vielleicht, vielleicht auch mal kurz sagen, ob du im Stadion warst oder zu Hause geschaut hast. Hast du vielleicht irgendwas noch dazu zu sagen oder hast du irgendwelche Situationen ganz anders gesehen als wir beide? Ja, also ich habe es erst mal im Stream geguckt zu Hause. Ging leider zeitlich, deswegen ist man auf den Stream ausgewichen. Ich glaube, ihr beide habt schon ganz gut zusammengefasst, was im Spiel so im Großen und Ganzen passiert ist. So ein paar Sachen habe ich vielleicht noch gesehen. Ich fand, dass wir phasenweise gerade in der Offensive im Kombinationsspiel im Vergleich zu den vorherigen Spielen deutlich besser waren. Ich fand, dass die Kombination da, also gerade was so Passspiele angeht und vielleicht auch in manchen Situationen ein bisschen zielstrebiger zum Tor, wir schon wirklich gut unterwegs waren phasenweise. Hatte aber auch, wie ihr, das Gefühl, dass wir zwischendurch immer noch so diesen Verlust hatten an Konzentration und vielleicht auch ein bisschen an der Körperspannung, was wir ja auch schon häufiger mal hatten. Ob Kühn jetzt beim zweiten Saarbrückener Tor wirklich viel irgendwas besser machen kann, weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, also ein Muster würde ich dir recht geben, erkennt man so ein bisschen. Kurze Distanz flacher an ihm vorbei. Aber ich glaube, im Vergleich zu den anderen Spielen waren die in dem nochmal deutlich dichter dran an ihm. Insgesamt glaube ich aber, was ihr auch gesagt habt, ist die Tendenz schon eher positiv jetzt gewesen, auch unter Danneberg. Wahrscheinlich gegen Saarbrücken nochmal mehr als gegen Wehen, weil mir der Auftritt deutlich besser gefallen hat, gegen Saarbrücken nochmal. Unterm Strich hätte ich aber gesagt, ist es für Osnabrück oder für uns ein gutes Signal gewesen, dass wir trotzdem oder die Mannschaft in der Lage ist, auch mit Rückständen umzugehen, sich jetzt auch vorne mal wieder belohnt hat, was eigentlich auch mal Zeit war. Und da glaube ich einfach, dass jetzt auch mit dem neuen Trainer, wie du ja gesagt hast, kommen wir gleich noch zu, wir ein bisschen nach vorne blicken können und auf diesem Spiel auch so ein bisschen aufbauen können. Und ich hoffe, dass die Jungs zum Teil da was von mitnehmen für die nächsten Spiele. Und das Positive mitnehmen, weil was anderes bleibt uns unter dem Strich ja eh nicht wirklich über. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich denke, Selbstvertrauen wird das auf jeden Fall geben. Gerade, dass man zu Hause jetzt auch mal zwei Tore geschossen hat. Ich glaube, vorher hatten wir immer nur eins maximal pro Spiel geschossen in der laufenden Saison. Und jetzt halt direkt zwei, zweimal zurückgekommen. Also ich denke, dass das schon was mit dem Kopf machen wird, im positiven Sinne. Wir haben generell nur ein Tor zu Hause geschossen. Nee, ich meine allgemein auch in den Auswärtsspielen. Wir haben in Aue auch eins geschossen und in Wiesbaden auch nur eins. Ja, aber wie gesagt, zu Hause haben wir wieder generell bis jetzt wieder ein Tor geschossen. Das war auch wieder so ein typischer Köhler, ne? Ja, also das stimmt, das vielleicht nochmal zu sagen. Das Tor war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sehr geil abgeschlossen. Irgendwie hat ihn auch einfach keiner angegriffen. Also die sind nur mit ihm mitgelaufen. Er hat sich einfach dann gesagt, okay, dann schieß jetzt halt mal drauf. Und das fehlt mir so ein bisschen auch allgemein bei uns in der Mannschaft, dass sich jemand einfach den Mut nimmt und sagt, okay, pass auf, ich knall den einfach drauf. Und ich bin mir sicher, dass wenn ohne jetzt den Schlechtreden zu wollen, den Sven Köhler, aber wenn er solche Tore erzielen kann und sich den Mut nehmen kann, dann können das mit Sicherheit mindestens zwei Drittel unserer Offensivleute auch genauso gut. Definitiv. Was ich nur sehr interessant finde jetzt tatsächlich, muss ich sagen, das erste Mal, dass tatsächlich drei unterschiedliche Ansichten haben, so im Großen und Ganzen, ne? Ja, das ist ja auch das, was ich gut finde und eigentlich auch sehr begrüße, weil es gibt halt bei solchen Sachen einfach kein richtig und falsch, sondern jeder hat seine Ansicht. Jeder sieht Fußball anders, so ist das bei Fans und so ist das auch bei Trainern und Spielern und deswegen finde ich das ganz cool und gerade für die Zuhörer zu Hause finde ich das halt einfach ganz gut, dass man so mehrere Meinungen hört, obwohl wir dennoch dasselbe Spiel gesehen haben. Ich habe gerade so nebenbei, als Lorenz gesprochen hat, eine Grafik gesucht, weil er gesagt hat, dass wir ein gutes Passspiel gespielt hatten. Es gab irgendeine Grafik, scheinbar aber nicht von Magenta Sport, da haben die Saarbrücken und Osnabrück vorher verglichen mit Fakten und da stand tatsächlich, dass kein Team in der dritten Liga aktuell mehr Pässe spielt als der VfL und auch mehr, also ich glaube, da stand dann noch als zweiter Punkt, kein Team geht mehr in die Dribblings als Osnabrück. Irgendeine dritte, ich weiß nicht, habt ihr das Bild auch vielleicht gesehen, einer von euch? Ich habe das Bild tatsächlich nicht gesehen, aber ich muss sagen, die Aussagen, die du triffst, Ja, das finde ich, sehen wir aber schon ganz stark seit dem Duisburg-Spiel. Wenn du mal Vergleiche zur letzten Saison ziehst, da gab es ein Team, was alles versucht hat, spielerisch zu lösen und nicht groß diese typischen Drittliga-lange Flanke, also schneller, langer Pass nach vorne in die Spitze, Ball annehmen, Tor. Das war Magdeburg letzte Saison. Die haben auch so gut wie alles versucht, spielerisch zu lösen und das ist dieses Jahr so bei den Spielen, die ich bis jetzt gesehen habe, auch wieder nur eine Mannschaft und das ist in dem Fall der VfL, also unser VfL Osnabrück. Nur du merkst halt, dass das bis jetzt bei uns ein Team noch nicht ganz so gegriffen hat, wie es letztes Jahr in Magdeburg gegriffen hat. Aber wir haben halt auch nicht so einen typischen Schlüssel- oder Zielspieler, wie es halt bayerisch-artig war bei Magdeburg. Stimmt. Ich weiß nicht, Lorenz, hast du die Grafik gesehen, die ich meinte? Naja, ich habe die jetzt auch nicht gesehen, kenne ich jetzt aber auch nicht. Eigentlich, das war sehr interessant irgendwie. Also ich glaube, der dritte Fact war, glaube ich, dass sowohl in den Spielen, wo Osnabrück oder Saarbrücken beteiligt waren, waren vor dem Spiel immer die wenigsten Tore gefallen und dann plötzlich vier Tore in dem Spiel, wo die beide gegeneinander spielen. Das war irgendwie interessant. Ich finde leider die Grafik nicht mehr, ist ja auch nicht so wichtig. Aber man muss auch sagen, dass, was wir jetzt besprochen haben, gerade mit diesem Passspiel und dem Kombinationsspiel, das ist halt etwas, worauf dann Schweinsteiger drauf aufbauen kann. Also die Spieler im Mittelfeld gerade, finde ich, haben wir dafür. Auch in der Offensive haben wir Leute dafür, die gutes Passspiel beherrschen. Und jetzt gilt es halt da, und das hat, glaube ich, auch Schweinsteiger in der PK gesagt, die Momente zu finden, wo man halt nach vorne läuft und ihren Angriff quasi startet. Ich glaube, er ist das, glaube ich, als wilden Fußball betitelt oder als dominanten Fußball. Und ich denke, das ist, glaube ich, eine gute Basis, auf der man aufbauen kann. Mich würde mal interessieren, dann wechseln wir einfach mal, wenn wir gerade schon bei Schweinsteiger sind, das Thema jetzt zum neuen Trainer. Was waren deine ersten, also jetzt an Lorenz gerichtet, was waren deine ersten Gedanken, als du gesehen hast, okay, Tobias Schweinsteiger ist neuer Cheftrainer? Auf gut Deutsch, geil. Ich fand die Wahl richtig gut, weil ich habe vorher schon gesagt, dass ich es generell begrüßt hätte oder begrüßt habe, wenn wir einen Trainer bekommen, der wirklich ohne Osnabrücker Stallgeruch kommt. Das heißt, ein Extern, der hier wirklich ganz frisch in den Verein kommt. Und ich glaube auch, dass er nicht die typische B- oder C-Wahl ist, sondern wirklich eine gute Option, die natürlich Mut mitbringt, ein bisschen mutig ist, weil er hat ja vorher, er hat zwar in der PK gesagt, er hatte schon mal als Cheftrainer gearbeitet, aber das war, glaube ich, dich im Herrenbereich. Da glaube ich schon, dass er eine mutige Wahl ist, aber ich glaube, er ist eine sehr interessante Wahl. Und ich freue mich auf ihn, weil ich glaube, so wie er sich präsentiert hat, wird er einen guten Fußball hier spielen lassen. Ja, das hört sich auf jeden Fall fast genau so an, wie ich das gesehen habe. Sven, was von deinen ersten Gedanken so? Ich meine, wir haben uns ja zwar auch privat unterhalten, aber... Ja, ich habe es privat schon gesagt. Ich habe es im letzten Podcast ja auch schon mal grob angeschnitten. Ich finde, Schweinsteiger ist die beste Wahl, die wir hätten treffen können. Natürlich gab es auch andere Leute, da haben wir viel drüber gesprochen, die auch vielleicht mehr Erfahrung oder schon Erfolge mitbringen. Aber Schweinsteiger bringt Co-Trainer-Stationen unter Leuten mit oder Sachen, mit denen er mit Leuten zusammen schon gearbeitet hat, wo ich einfach sagen muss, wenn er das irgendwie eingebaut kriegt, dann und da vielleicht sich gewisse Sachen mit rausgezogen hat, dann wird das richtig geil. Ich persönlich finde, Dieter Hecking ist einer der besten Trainer, die wir in Deutschland haben. Der zum Schluss hin natürlich mit seinem Fußball nicht mehr ganz so erfolgreich war, wie er es am Anfang war, aber Hecking ist einfach ein krasser Trainer. Und Schweinsteiger war ja so mehr oder weniger sein Ziso, was das angeht. Und alleine deswegen ist Schweinsteiger für mich schon definitiv keine B-Wahl oder auch keine C-Wahl, sondern für mich dauerhaft schon eine A-Wahl gewesen. Vielleicht kann mir jemand ganz kurz auf die Sprünge helfen, weil du das gerade gesagt hast. Welche Verbindung hatte, und ich habe gerade einen Artikel auf der Manchester United-Seite auf, wo Tobias Schweinsteiger drauf ist, welche Verbindung hatte der zu Ten Hag? Ten Hag. Das war sein Trainer bei 18, nee, bei Unterhaching? Ten Hag war mal sein Trainer, genau. Der war sein Trainer, ja. Aber ihr wisst nicht, wo, ne? Ich glaube in Huffing, aber das weiß ich auch nicht wirklich sicher. Ich finde es jetzt gerade auch nicht, vielleicht findest du ja jemanden nebenbei. Aber das ist schon ein großer Name, ne? Ja, also auch Dieter Hecking, klar, unterschreibe ich. Auch eine riesen Persönlichkeit, ein riesen Trainer auch in Deutschland. Und ich glaube, dass das ähnlich sein wird wie bei Daniel Scherning, weil da hast du dem auch angemerkt, dass er halt unter Baumgart gearbeitet hat oder mit Baumgart zusammen. Unter Baumgart hört sich halt immer so ein bisschen... Ja, ich weiß, was du meinst. Falsch an will ich jetzt nicht sagen, aber er hat ja mit ihm zusammengearbeitet mehrere Jahre, auch in der Bundesliga. Hat halt alles schon erlebt in so kurzer Zeit. Und das hat ihm, glaube ich, auch ganz gut getan. Und ich denke auch, Scherning wird auch seinen Weg dadurch gehen und hat auch bei uns vieles richtig gemacht. Und so wird das, glaube ich, bei Tobias Schweinstecker auch so sein. Ich fühle den Punkt, den Lorenz gesagt hat, dass das jemand ist, der komplett mit quasi nichts am Hut hat mit Osterbrück oder mit VfL. Bis auf die guten Erinnerungen, die er hier hatte, zu uns kommt und dann hier jetzt quasi von neu anfangen kann. Und natürlich sich selber weiterentwickeln, aber dadurch profitieren wir halt am Ende des Tages auch als Verein. Und ich finde das halt unter den ganzen Namen irgendwie auch einfach... Beste Wahl will ich jetzt nicht sagen, weil es ist halt auch schwierig zu beurteilen. Aber wenn ich es persönlich sehe, dann würde ich schon sagen, beste Wahl. Alle anderen Trainer hätte ich auch genommen, hätte ich genauso die Chance gegeben, hätte ich auch gefühlt. Aber man kann halt einfach nicht sagen, so der und der hat Erfahrung und der würde uns dann weiterhelfen. Und der und der ist neu im Biss und der ist direkt scheiße, weil du kannst dir nichts davon kaufen. Also nur weil er jetzt irgendwo erfolgreiche Zeiten hat, dann heißt das ja nicht so, dass er direkt bei uns auch erfolgreich sein wird. Und so sehe ich das halt bei Tobias Schweinsteiger auch. Nur weil er jetzt seine erste Station hat, heißt das ja nicht, dass sie nicht erfolgreich wird. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall drauf. Er macht einen sehr sympathischen Eindruck, gerade in der PK und in den Interviews, die wir bis jetzt schon gesehen haben. Man hat im Vorfeld ja schon vieles, vieles Gutes über ihn gelesen, dass er wohl sehr, sehr taktisch denkt und arbeitet und das auch sehr, sehr gut tut. Und er hat auch selber gesagt, ich weiß nicht, ob ich das zitiert kriege, wenn er etwas zu einem Spiel, also er ist sehr offen und ehrlich, wenn er etwas zu einem Spieler sagt, dann meint er das auch so. Ich fand die Aussage ganz interessant, weil es gab ja jetzt wahrscheinlich auch Gespräche auch schon mit Sören Bertram. In der PK hat er auch gesagt, wenn Sören so spielt, wie er heute trainiert hat, dann wird er eine Bereicherung für die Mannschaft sein. Und gerade der Punkt hat mich natürlich auch sehr, sehr gefreut, weil ich glaube schon, dass Bertram jemand ist, der, wenn der an seine Form anknüpfen kann, die er gerade so in den zwei, drei, vier Spielen vor seiner Verletzung hatte, dann ist das auf jeden Fall ein Spieler, den wir von der Bank bringen können, wenn nicht sogar in einigen Spielen in der Startelf stehen kann. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Bayern München 2. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Es war Bayern München 2, dann alle Bayern. Okay, das heißt, er war dort Trainer und Schweinsteiger war unter ihm Spieler. Ja, aber relativ gegen Ende seiner Karriere, glaube ich sogar. Da war er schon 31, das war Saison 13, 14. Ja, interessant. Ja, aber da kann man bestimmt auch einiges mitnehmen, ne? Ja, definitiv. Ich finde, Schweinsteiger hat generell, er hat Trainerpositionen mit geilen Trainern gehabt. Es gab noch einen, aber der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, mit dem er schon eine Trainerposition zusammen hatte. Auch ein geiler Trainer. Also, der unter Nürnberg Klaus. Ja. Das ist ja auch kein... Aber es gab noch einen, noch einen dritten. Ja, ich glaube, er hat ihn auch in der PK genannt. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Es wurde noch einer genannt, unter dem er gearbeitet hat. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht mehr welcher. Ich kann es nicht mehr. Tim Walter? Was, Tim? Ich glaube, ja, das kann sein. Das kann sein. Tim Walter war, glaube ich, damals auch in der Bayern-Zeit noch, bei Bayern 2, war, glaube ich, Co-Trainer. Ja, das kann sein. Ja, das könnte gut passen. Auf jeden Fall, das könnte gut passen, ja. Die drei waren es, glaube ich. Tim Walter, Hacking und... Jetzt habe ich den dritten schon wieder vergessen. Herzlichen Glückwunsch. Ten Hag. Ja, es waren auf alle Fälle ziemlich viele geile Leute, mit denen er schon was zu tun hatte, wo er viel von mitnehmen kann und das in seine eigene Art und Weise umwandeln kann. Ja, klar. Also... Mich würde mal eure Meinung... Also, ich hätte das, glaube ich, gestern im Stream gesagt, die Zusammenfassung ist auch bei mir auf dem YouTube-Kanal online, falls das jemand nochmal nachsehen möchte. Ich fand da einen Punkt ganz interessant. Ich würde einfach mal beide nacheinander, vielleicht gleich Sven, erst du und dann Lorenz, einfach mal eure Meinung dazu wissen. Ich glaube, der Aspekt, dass du jetzt... Also, ich muss erst mal gucken, wie ich das jetzt genau erklären kann. Stellt euch einfach vor, ihr seid Spieler beim VfL und ihr kriegt, ähm... Sagen wir jetzt einfach mal Daniel Scherning als Trainer dahingestellt. Und Daniel Scherning war jetzt kein großer Fußballer, ähm... War jetzt vielleicht den meisten gar nicht erst bekannt, der Name. Kommt dahin, war halt nur Co-Trainer. Klar, natürlich, jeder Mensch ist anders, auf seine Art und Weise, wie er mit den Spielern umgeht und, ähm... Wie er etwas, äh, vermitteln möchte. Aber... Stellt euch einfach diese Situation vor und dann die Situation, es kommt jemand mit dem großen Namen Schweinsteiger. Er sieht seinen Bruder ähnlich. Seinen Bruder, äh... Oder den Namen Schweinsteiger kennt gefühlt ganz Deutschland. Ähm... Hast, wie gesagt... Ja, nicht nur gefühlt eben. Ähm... Hast halt, ähm... Unter diesen ganzen Namen gearbeitet und mit denen zusammen, die wir jetzt gerade genannt hatten. Ähm... Kennst du den Klub FC Bayern München wahrscheinlich wie kein Zweiter. Nicht nur durch seine Zeit selber dort, sondern auch wahrscheinlich durch seinen Bruder. Ähm... Und der steht dann plötzlich vor euch in der Mannschaft und möchte euch auch was vermitteln. Ähm... Ich finde schon, dass das, glaube ich, ein Riesenunterschied ist, ohne einen Trainer wie Daniel Scherning oder einen Trainer allgemein, der vielleicht nicht so einen Namen mitbringt, ähm... Schlecht zu reden. Aber ich glaube, wenn ich mich gerade mal in so einen jungen Spieler ähm... hineinversetze und vor mir steht jemand, der sieht aus wie Bastian Schweinsteiger, ist natürlich dann auch sein Bruder und er möchte dir mit seiner Art und Weise, wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, etwas vom Fußball vermitteln und erzählen und beibringen. Ich finde, das ist schon... Also, das wirkt auf mich jedenfalls äh... als so einen Riesenunterschied. Weiß ich es dann. Siehst du das genauso? Oder... Das ist eine andere Hausnummer, glaube ich. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Vor allem, wenn man sich dann mal so überlegt. Ich würde jetzt mal ganz frei Schnauze raussagen, unsere komplette äh... Mittelfeldfraktion, sei es, wer auch immer das spielt, Kunze, Köhler, alle von denen, Chato, äh... den ihr größtes Idol war bestimmt mit Abstand Bastian Schweinsteiger aus... wenn du aus der deutschen Sicht guckst. Und wenn du dann auf einmal natürlich jemanden hast, der... genauso aussieht wie er, dann dazu noch, äh... mit ihm halt verbrüdert ist, und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn so einer vor dir steht, das bringt nur von dem Prestige-Level, was er automatisch mitbringt, äh... ganz andere... eine ganz andere Sichtweise für die Spieler mit und vielleicht auch ein ganz anderes... Ich könnte mir sogar vorstellen, ein ganz anderes Motivations-Level. Das wollte ich nämlich gerade noch dazu sagen, ähm... Ich wollte einfach damit nur vermitteln, ich könnte mir vorstellen, dass ein jüngerer Spieler ihm eher zuhört, ihm eher vertraut, und wenn er sagt, pass auf, nächstes Spiel, mach ruhig deine Dribblings, äh... schieß ruhig mal aus 30 Metern, dass er sich das eher zu Herzen und sagt, okay, wenn er mir das sagt, dass ich das kann, dass das so alles so auf ein anderes Level gehoben wird, weißt du, wie ich meine? Äh... Dazu kommt ja noch, das darfst du nicht vergessen, Bastian... Ach, Bastian, Tobias Schweinsteiger war, das hat er ja selber auch gesagt, der erste Torschützenkönig der dritten Liga, glaube ich? Und die ersten vier Jahre Rekordtorschütze. Oder so war das, die ersten vier Jahre Rekordtorschütze. Und das ist für einen jungen Drittligaspieler, sagen wir mal jetzt mal Engelhardt vielleicht zum Beispiel, einen jungen Drittligastürmer, das ist ein Orientierungsbild, ne? 100%, also ich kann mir das ganz gut vorstellen. Loren, siehst du das genauso oder wie siehst du das, diesen Aspekt? Ich würde mich genau bei dir, Aileen und bei Sven, anschließen. Ähm, ich glaube, das ist ein, also für den Spieler, der da steht, schon nochmal eine andere Hausnummer. Wenn der Name Schweinsteiger kommt, ich glaube auch nicht nur für die Spieler auf dem Platz, ich glaube auch, dass der Name mit dem, mit dem Trainerteam und auch mit dein, glaube ich, was macht mit dem Umfeld. Ähm, und klar, wenn so jemand kommt, wie Schweinsteiger, wie Tobias, jetzt eben bei seinem Bruder und auch, wenn man mal guckt, hatten wir ja gerade auch schon unter welchen Trainern, der schon alles so als Co gearbeitet hat und auch als Spieler in der dritten Liga, was der so mitbringt, dann glaube ich, kann der auf dem Platz, wenn der vor dir steht, als Spieler, nochmal auch was ganz anderes im Spieler auslösen und auch, glaube ich, an Charisma und Respekt, dass er mitbringt, weil ich fand ihn auch schon sehr charismatisch in den PKs und Interviews. Ähm, glaube ich, dass der im Gegensatz zu Daniel nochmal was ganz anderes ist, auch wenn ich Daniel da auch nicht irgendwie Unrecht tun wollen würde oder irgendwie abtun würde, hat der ja auch nicht gemacht, dann glaube ich schon, dass Schweinsteiger nochmal da auch eine ganz andere Nummer ist, der auch gut tun wird. Was ich halt auch ganz wichtig finde, oder willst du zuerst sagen? Ja, mach mal, mach mal. Was ich auch ganz wichtig finde, was man definitiv nicht vergessen darf, wenn man mal weggeht von den Spielern an sich, ähm, überleg mal, was so ein Schweinsteiger dem Verein an öffentlicher Präsenz mitbringt. Ja. Ein Scherning war unbekannt, den Namen kannte kein Mensch, wie gesagt, keiner will dem was Schlechtes oder so, aber der Name war halt unbekannt. So, und wenn jetzt auf einmal Schweinsteiger kommt, den Namen kennt jeder, da hat direkt, sind direkt ganz andere Bilder drauf. Ich meine, überleg dir mal, jede große Sportzeitung hat davon berichtet und das unabhängig davon, dass der von Nürnberg kam, sondern einfach nur, weil er Schweinsteiger heißt. Das ist ein ganz andere, ein ganz anderes, ein ganz anderes Level der Bekanntheit, die auf einmal bei uns im Verein ist. Das hatten wir so in der Form. Nicht, dass ich wüsste. Ja, ganz früher mal, wo wir auch mal, wo wir dann auch Nationalspieler und so gestellt haben, aber das ist ja schon ewig lange. Also, ich finde auch, also ich wollte das auch nämlich sagen, mit diesen Medialen, dass das jetzt ein bisschen größer sein wird mit Sicherheit und auch mal bei einem 3-4-0, was wir jetzt vielleicht mal von zu Hause irgendwann gewinnen sollten, wird dann wahrscheinlich dann ganz anders berichtet und er wird dann viel mehr im Fokus stehen. Ich weiß nicht, das wird auf jeden Fall medial etwas größer sein als sonst beim VfL. Man wird mit Sicherheit immer so sagen, was macht denn eigentlich der Bruder von Bastian Schweinsteiger und dann wird man halt immer wieder auf den VfL schauen. Und was ich so ein bisschen auch aus der persönlichen Sicht, aus der Fansicht, ich glaube, wenn man jetzt mal zur Illus-Höhe geht und dann plötzlich ein Schweinsteiger neben dir steht, dann ist das schon, also ich will jetzt nicht sagen, so ein Fanboy-Moment, aber das ist schon dann eine andere Nummer, würde ich behaupten. Ja, und ich persönlich würde Tobias in seiner Art oder generell, wie ich die Schweinsteigers kenne, reine Spekulation, aber ich würde denen sogar zutrauen, dass so ein Tobias mal einfach aus Jux und Dollerei mal irgendwie seinen Bruder mitbringt. und dann hast du da ganz viele Spieler, die auf einmal ihr Jol vor sich stehen haben, weißt du? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wenn das zeitlich passen sollte, dass der am Freitag gegen Essen zu Hause im VIP-Bereich sitzen wird. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, weißt du, dein Bruder macht quasi seine erste Profistation, hat sein Heimdebüt. Ich kann mir das schon gut vorstellen. Ja, aber überleg dir das mal. Du hast auf einmal einen Bastian Schweinsteiger bei dir, ohne dass der mit Bayern im DFB-Pokal bei dir ist oder sowas in der Art. Ja, klar. Er ist einfach da wegen dem Verein, weil sein Bruder jetzt Trainer vom Verein ist. Also es ist eine Situation, das ist das, was ich meine mit medial, das kennen wir nicht. Und wenn, also ich meine, es wird ja, wenn Schweinsteiger da sein sollte, also Basti jetzt, dann wird das auch medial dann wieder mal so ein bisschen rumkusieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das alles viel gerade im medialen Bereich seinen Lauf nehmen wird. Ich hoffe aber, dass das natürlich dann jetzt nicht irgendwie negativen Einfluss drauf hat, wie er seine Arbeit macht oder auf die Mannschaft oder wie auch immer. Aber das ist halt einfach dieser Nebeneffekt, den du mitbringst, wenn du halt den Nachnamen hast von einem großen Spieler, sag ich jetzt mal. Das ist ja ähnlich wie beim Götze, Bruder oder keine Ahnung was. Da gibt es bestimmt noch andere Beispiele. Alle großen Namen, der Beckenbauer Sohn oder wer das war, der ist doch auch ähnliche Situation. Kann sein, weiß ich nicht. Salih Hamidzic, der Sohn, der spielt ja bei Bayern, wenn der irgendwo hin ausgeliehen würde in die dritte Liga. Ja, natürlich. Landet doch alles auf dem gleichen Level. Du hast superbekannte Namen, die auf einmal irgendwo dann halt unter Vertrag stehen, wo vorher keiner diesen Verein auf dem Schirm hatte. Ja. Oder das, was im Endeffekt, das ist zwar nicht die Bekanntheit her, weil wegen superbekannten Spieler, aber was Mannheim ja auch mit Niklas Sommer hatte. Der hat eine riesengroße Fanbase mitgebracht und auf einmal standen die ganz anders im Fokus, als sie es vorher standen. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, da sieht man ja auch manchmal so, dass das auch viele negative Sachen mitbringen kann. Und ich hoffe, dass das bei Schweinsteiger einfach nicht so sein wird. Wobei es natürlich auch zwei verschiedene Sachen sind. Das kann man irgendwie... Ja, kannst du nicht vergleichen. Aber ist schon richtig. Man muss halt aufpassen, dass das nicht ins Negative rutscht. Genau. Dass Bremen eine große Reichweite dann halt auf einmal mit sich. Ja, wenn ich euch nochmal reingrätschen darf. Ich bin generell auch sehr gespannt, wie sich die ganze Situation jetzt entwickeln wird. Wenn wir mal zurückdenken, ich weiß, dass Daniel Thun, jetzt gehen wir noch und Daniel weiter zurück, damals in Hamburg mal gesagt hat, bei seiner EintrittspK, dass er vielleicht auch dann ein Stück zu schnell gewachsen ist für den Verein hier. Und ich bin wirklich gespannt, jetzt wo wir mal einen Trainer geholt haben, der vom Namen her auch, wie ihr schon gesagt habt, einfach was mitbringt und wirklich auch einen Hintergrund hat und das ganze mediale Echo ja schon groß war. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was das hier mit dem VfL, mit unserem in Anführungsstrichen kleinen Verein macht. Positiv oder negativ, so als komplette Fansicht, kribbelt es so ein bisschen. Weil ich wirklich gespannt bin, wohin die Reise geht. nicht nur arbeitetechnisch, sondern auch was den ganzen, den Verein angeht. Sponsoring, Außendarstellung, wenn es mal nicht läuft, wenn es mal läuft, weil wir werden auch Phasen haben, wo es mal nicht läuft. Ich bin wirklich gespannt, was das mit dem Verein machen wird. Eine Sache, die wir vielleicht auch erwähnen sollten, das wird mit Sicherheit so ein kleiner Aspekt gewesen sein bei Schweinsteiger, den er vielleicht im Hinterkopf hatte. Daniel Scherning ist jetzt mittlerweile der zweite Daniel oder auch der zweite Trainer, der nach einer erfolgreichen Arbeit bei uns weggekauft wurde. Das habe ich eigentlich so im Profifußball in Deutschland eher weniger gesehen, dass Trainer überhaupt weggekauft werden und dann halt nach so kurzer Zeit zwei neue Trainer weggekauft werden. Ich weiß nicht, gab es da schon mal irgendwo? Nö. Also ich wüsste jetzt kein Beispiel. Dass Trainer gekauft werden, ist ja jetzt mittlerweile auch gang und gäbe. Also es werden ja mittlerweile auch Ablösesummen für Trainer abgerufen. Das ist ja nicht mehr witzig. Aber gibt es in Deutschland Beispiele? Nagelsmann. War das so? Ich weiß es. Ich habe die... 25 Millionen hat der gekostet. Echt? Ja, okay, krass. Gladbach hat 10 Millionen gezahlt für Hütter oder so. Dortmund für Rose? Was haben die bezahlt? Dortmund für Rose hat auch, glaube ich, 6 oder 7 Millionen hingelegt. Stimmt, jetzt wurde Rose. Das mit den Trainern und den Ablösesummen explodiert gerade. Aber was ich sagen muss ist, mir fällt einfach kein Drittligist ein oder Zweitligist, der jemals einen Trainer verkauft hat. Und wir haben schon zwei. Und wir haben zwei verkauft. Und einen, ich würde sagen, Thun sehr stark auf seinem Wert und ein Scherning für mich gut überm Wert. Ohne ihm jetzt was Schlechtes nehmen zu wollen, aber ich hätte niemals gedacht, dass man über 300k bei dem noch rauskriegt. Ja, aber man muss das vielleicht auch so ein bisschen anders betrachten. Wenn du jetzt wirklich rein objektiv und ohne Fanbrille die Situation von einem Daniel Scherning betrachtest, dann kommt er zu einem Verein, wo er recht wenig Zeit hatte, etwas aufzubauen. wird dann am Ende einfach nur, weil es in der Verteidigung ein bisschen eng wurde mit den Spielern. Klar, natürlich am Ende waren wir Sechster, Siebter. Aber wir waren so lange im Aufstiegsrennen, da hat niemand mit gerechnet. Klar, den Saisonstart kann man jetzt einfach nicht bewerten von ihm. Hängt natürlich auch viel an der Mannschaft und so. Und auch dem, was im Umfeld halt möglich war mit Finanzen natürlich oder infrastrukturell, hat er, glaube ich, schon viel rausgeholt. Und natürlich auch seine Vergangenheit mit Baumgart. Also ich würde nicht unbedingt behaupten, dass das viel mehr ist, als er wert ist, sondern ich glaube, man muss das vielleicht in ein, zwei Jahren betrachten. Gut, nehmen wir die Aussage zurück, viel mehr als er wert ist, viel mehr als ich je gedacht hätte, dass jemand das für ihn bezahlt. Das unterschreibe ich auch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass jetzt jemand kommt und sagt, hier, wir geben euch 300.000 für Scherning, obwohl Bielefeld Möglichkeiten hatte, ohne Ende, was Trainer betrifft. Dann ist die Aussage besser. Ja, weil es war ja... Dass das Wert ist, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber definitiv, definitiv viel mehr, als ich gedacht hätte, jemand für ihn abrufen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, fehlt noch irgendwas, was zu Tobias Schweinsteiger gesagt werden muss? Ich wollte halt gerade noch mal zu dem, was er meinte, wegen dem Umfeldverein und so, wegen der medialen Präsenz und das, was da vielleicht jetzt passiert mit dem kleinen Verein. Also ich hoffe ja ein bisschen, dass dadurch, dass jetzt die Aufmerksamkeit wahrscheinlich größer wird, dass gewisse Sachen, die sonst immer ein bisschen langsamer ins Rollen gekommen sind oder noch gar nicht ins Rollen gekommen sind, vielleicht aufgrund einer Größen, etwas größeren, medialen Präsenz, und ja, da kann der VfL wenig für, aber aufgrund dieser medialen, etwas größeren oder bedeutend größeren, und das wird sich mit der Zeit zeigen, Präsenz der Stadt Osnabrück endlich mal zeigt, hallo, wir haben Profifußball hier, wir brauchen auch dringend Trainingsbedingungen, die dem Profifußball gerecht werden. Ja. Weil das versteht unsere Stadt nicht. Es versteht die nicht. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo da jetzt aktuell der Stand der Dinge ist. Vielleicht können wir das... Also ich kann es dir sagen, wo der Stand der Dinge ist. Hier tut sich gar nichts. Ich wohne quasi direkt daneben, da ist noch nichts. Null. Nada. Das ist schon ein bisschen komisch, obwohl gesagt wurde, dann und dann passiert was. Ich hoffe ja tatsächlich noch ein bisschen darauf, dass die gecheckt haben, dass das eine dumme Idee war, da das Trainingszentrum hinzusetzen, und die vielleicht doch noch auf die Idee kommen, auf den Lehmberg auszuweichen. Dürfen die ja nicht. Ach, dürfen die nicht? Nein, da gab es angeblich eine Tierart, die geschützt ist, und dadurch... Nee, das war nicht Lehmberg, das war hier. KME. Das war das KME-Gelände. Aber am Lehmberg war auch irgendwas. Ich glaube auch in die Richtung. Ach so, kann sein. Also für mich kann sein, dass ich das nicht mitbekommen habe. Für mich ist aber der Lehmberg mit Abstand eigentlich das sinnvollste Gelände. Aber das ist ein anderes Thema, das brauchen wir hier jetzt nicht aufgreifen. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich hoffe, dass diese Präsenz ein bisschen mehr Tempo in das Ganze vielleicht reinbringt. Ich würde mich auch über mehr Sponsoren freuen. Weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass diese Strahlkraft, die der Klub eigentlich haben sollte, dass das noch nicht so wirklich am Ende ist. Und auch gerade, dass die dritte Liga mehr oder weniger davon lebt, oder die Mannschaften, die meisten, dass sie davon leben, irgendwelche Einnahmen zu generieren durch Sponsoren und so weiter und so fort. Das ist ja auch allen bekannt und hoffentlich wird das dann dadurch auch nochmal so ein bisschen größer oder nach vorne getrieben. Aber wir werden natürlich die nächsten Wochen gespannt das Ganze verfolgen und natürlich auch hier mit Gästen, vielleicht auch jemanden von euch, der gerade zuhört, das Ganze ausdiskutieren. Falls jemand natürlich Lust hat, in den nächsten Folgen mit dabei zu sein, könnt ihr mich einfach sehr gerne kontaktieren, entweder über Instagram, Twitch, bei YouTube, wie auch immer, oder einfach in den YouTube-Kommentaren und dann kriegen wir auf jeden Fall schon mal einen Termin zusammen. Ich würde sagen, wir haben noch einen Neuzugang zu vermelden. Möchte jemand von euch etwas Näheres zu ihm sagen oder weiß etwas Näheres? Also ich kann nur sagen, dass ich nicht besonders etwas Näheres weiß. Ich mich jetzt halt mit ihm als er kam, ein bisschen auseinandergesetzt habe und ich persönlich sagen muss, das wäre ein Spieler, den hätte ich mir vielleicht unter einer Laie zu uns erträumt, aber nicht, dass er quasi freigegeben wird und dann fest zu uns kommt. Das ist ein Kaliber, würde ich definitiv mit Opoku gleichstellen. Ich sehe das ähnlich. Also ich kannte den Spieler vorher nicht, beziehungsweise musste dann erstmal so ein bisschen im Kopf kramen und kann mich dann an die eine Saison erinnern, als der bei 1860 in der Profimatschaft debütiert hat und dort für Furore sorgte. Daraufhin ist er ja dann in die Bundesliga gewechselt, zwei Ligen höher. War irgendwie eigentlich klar, dass der Schritt vielleicht einer zu viel ist oder einer zu früh. hat er dann zwei Laien. Ich glaube, bei Thüge G München war er eigentlich ganz okay und ich glaube, zuletzt war er in Österreich, wo es auch ganz okay war. Und ich glaube, die Kombination durch seinem Potenzial und dem, was er kann und schon gesehen hat plus der Faktor Tobias Schweinsteiger eine sehr, sehr geile Kombo werden kann. Und wenn ich mir vorstelle, also ich habe mir den so ein bisschen auch angeschaut, wie der so spielt, wenn ich mir vorstelle, Flügelzange, Simakala und Niemann. Also da muss ich auf jeden Fall die Abwehr des Gegners darauf einstellen, dass sie viel laufen müssen und einige Male schwindelig auf dem Boden liegen. Also wenn die beiden loslegen, dann bin ich gespannt. Weiß ich, Lorenz, kennst du ein bisschen was über den Spieler? Geht es nicht viel mehr als ihr beide. Ich habe ein paar Spiele von denen gesehen, damals auch noch bei 68. Danach aber auch irgendwie nicht mehr wirklich viel weiter verfolgt. Ich weiß nur, dass er letztes Jahr halt auch eine ganz gute Saison gespielt hat in Österreich, wie du schon gesagt hast. Dass er wirklich ein Spielertyp ist, so wie weiß ich wohl, der ziemlich viel Tempo mitbringt. Ich glaube auch, dass der uns gut tut wird in der Offensive. Weil eben, ich finde genau dieses Tempo, jetzt bin ich mal gespannt, welche Grundformationen wir nachher spielen werden jetzt unter Schweinsteiger. Ich glaube, das tut uns generell ganz gut, dass wir vorne noch so ein Opoku 2.0, sage ich jetzt, so überspitzt haben. Ich bin gespannt. Aber mehr weiß ich tatsächlich auch die von nicht. Was ist das? Viel geiler, fand ich eigentlich aus der Pressekonferenz von Schweinsteiger die Aussage, da ich ja einige kenne, die mit ihm schon zusammengearbeitet haben, konnte ich mir ein paar Informationen über ihn einholen. Und so halt nach dem Motto, weiß, wie ich besser mit ihm eigentlich ihn einzuschätzen habe, wie ich mit ihm umzugehen habe und weiß, wie er ist. Also alleine durch diese Kontakte, die er hatte, um zu wissen, wie niemand ist, ist niemand für mich einer der Kandidaten, der unter Schweinsteiger jetzt explodieren wird, kann, wie auch immer. Man muss natürlich dazu sagen, als kleiner Funfact, der ist 1,71 Meter groß und wiegt 66 Kilo. Also wenn der Tempo aufnimmt, klar, man kann ihn wahrscheinlich leicht umstoßen, aber ich glaube, der weiß ganz genau, wie man in die Dribblings geht. Das ist halt so ein Barisch-Artik-Verschnitt. Ja. Und der ist erst 22. Genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist so ein Barisch-Artik-Verschnitt, der Tempo-Dribblings mitbringt, der weiß, wie er mit dem Ball umzugehen hat, der sprinten kann und das kann ich natürlich noch nicht so stark beurteilen, wo ich mir aber auch super gut vorstellen kann, dass er eine Wahnsinns-Spielübersicht hat. Auf jeden Fall. Ich bin da echt gespannt. Was mir dazu noch einfällt, weil du gerade sagst, Tempo-Dribbler, ich glaube, was auch noch ganz wichtig wird, dass das ein Spielertyp ist, der dir Standardsituationen bringen kann in den gefährlichen Zonen. Weil wenn du so einen Spieler hast, der über den Flügel mit Tempo kommt und der auch mal weiß, was er mit dem Ball anzufangen hat, dann glaube ich, kann der uns auch helfen, dass wir auch noch häufiger irgendwie zu Standardsituationen kommen, weil wir haben ja keine schlechten Standardschützen. Und ich finde im Moment, dadurch, dass wir immer auch mit einem relativ gemäßigten Tempo spielen, kann das mit Tempo auch nochmal eine Option sein, dass du mehr Standards kriegst vorne. Ganz kurz, du hast es ja gerade gesagt, du bist gespannt, was für eine Grundformation er spielen wird. Ich glaube, im NOZ-Interview hat er gesagt, dass ihm die Grundformation erstmal im Prinzip egal ist, sondern ihm viel wichtiger ist, welche, was für ein Spielmaterial ist auf dem Platz und dass man in gewissen Phasen verschiedene Systeme spielt. Ich glaube, so hat er das, glaube ich, gesagt. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil so war das ja ähnlich unter Danneberg jetzt auch, weil ich habe das ja schon am Anfang des Jahres immer wieder gesagt, mit so einem Kader beziehungsweise die Elf, die auf dem Platz stehen, kannst du sowohl enge Raute als auch die 4-3-3 spielen. Und wenn du das dann so machst und es sich nach ein paar Spieltagen einspielt, dann bist du halt nicht so krass ausrechenbar. Und das finde ich, glaube ich, ganz gut. Weißt du, wie siehst du das? Da, da, das hätte ich auch gesagt. Das hätte ich genauso unterschrieben und genauso gesagt. Wir brauchen diese Variabilität im Spiel. Im Spiel, genau. Also nicht, dass wir mal ein Spiel so spielen, dass dann 90 Minuten durchziehen und dann... Nein, auf gar keinen Fall im Spiel. Genau, genau. Das sehe ich nämlich genau. Auf die Situation, wie sie gerade ist, es angepasst werden muss. Genau, genau. Haben wir auf einmal einen Bayreuth, die die ersten 20 Minuten volles, halt nur als Beispiel. Mit voller Power nach vorne dreschen, nach 20 Minuten merken, okay, das Tempo können wir nicht durchhalten und sich auf einmal mit sechs Mann hinten reinstellen, dass du dann halt von... mit der Mannschaft vor allem auch ein Denken zusammenkriegst und auch von außen die perfekten Anweisungen bringen kannst. im Angriffstempo, im Angriffspressing gegen die, also wenn die zu uns kommen, dann müssen wir so spielen, aber merken wir, dass das aufhört, müssen wir sofort auf diese andere Sache umschalten und abfahrt. Das ist halt super wichtig und das fehlte uns bis jetzt halt ganz viel. Ja, da bin ich gespannt, wie das umgesetzt wird. Genau. Aber das können wir nur spekulieren, da können wir nicht viel zu sagen. Ja, das stimmt. Da werden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall drüber reden. Ich werfe mal eine Frage in den Raum. Lorenz zum Beispiel, glaubst du, dass noch was auf dem Markt passiert? Morgen 18 Uhr ist ja Deadline. Meinst du, da passiert dann was in die eine oder andere Richtung? Ja. Ich glaube schon, dass noch einer kommt. Ich glaube auch, dass noch einer geht. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich kann mir vorstellen, dass noch einer geht, aber auch noch, dass einer kommt. Also es wird definitiv noch was passieren, weil ich glaube, wir brauchen noch den, Zentrumstürmer. Wenn ich jetzt einfach mal anfangen soll, meine Liste aufzustellen, würde ich einen Zentrumstürmer noch holen, einen, der in der Box spielt und die Dinger wegmachen kann, weil wenn wir dann die schnelle Flügelzange haben, finde ich jetzt auch nach Niemand fehlt uns vorne drin einfach noch derjenige abgewichste Stürmer, mal gut deutsch gesagt, der die Hütten dann auch einfach macht, wenn wir vorne sind. Und ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass entweder der offensive Hegel oder Udua noch geht, ob auf Leihbasis, weiß ich nicht. Oder das halt eben hinten im Abwehrbereich noch eine Satkurse oder so verliehen wird. Sven, ich sag du mal, hoffe tatsächlich eher, also ich persönlich, ja, wir brauchen definitiv noch einen Zentrumstürmer, eigentlich, definitiv, aber ich persönlich hoffe, dass jetzt so niemand genau das ist, was einem Engelhardt zum Beispiel fehlte. Weil ich weiß natürlich nicht, wie stark er daran ist, aber wenn ein Niemand, einem Engelhardt, so wie er das bei seinem alten Verein hatte, die Bälle so perfekt auf den Fuß kriegt, dass er die wirklich nur noch reinschieben muss, was jetzt noch nicht einmal passiert ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass niemand das perfekte Pondor zu Engelhardt ist und Engelhardt auf einmal Tore schießt, was wir uns hätten nicht vorstellen können. Ich finde irgendwie, also klar, ich würde mir einen Stürmer wünschen, definitiv, weil ich finde, uns fehlt halt vorne einfach so jemand, der keine Ahnung, wie viele Tore schießt. Auf der anderen Seite kommt es halt irgendwie darauf an, wie wir spielen werden. Also wenn wir zum Beispiel vermehrt in der engen Rautos spielen, sage ich jetzt einfach mal, dann würde ich aktuell Putaro und Simakala vorne reinstellen und niemanden dahinter. Weil du hast mit dem Putaro jemanden, der viele Tore schießen kann und du hast auch mit Simakala jemanden, der viele Tore schießen kann. Also im Prinzip hast du diese Stürmer ja eigentlich da. Du hast halt nur nicht diesen einen großen Zielstürmer, den du dann im 4-3-3 eigentlich auf der 9 spielen musst. So sehe ich das jedenfalls. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll wäre, da jemanden zu holen. Klar, du hast mit Hegel jemanden, aber der ist halt immer noch in dieser Entwicklungsphase und es kann ja immer noch sein, dass einfach die dritte Liga einfach nichts für ihn ist. Ich sehe es zwar nicht so, aber man weiß ja nie, wie sich das Ganze so entwickelt. Kann natürlich aber auch sein, dass plötzlich Hegel derjenige ist, der unter Schweinsteiger gesetzt ist. Das wissen wir halt nicht. Und ich glaube eher, wenn uns jemand verlassen sollte, dann wird das wahrscheinlich Maurice Trapp sein. Also ich habe ein bisschen was natürlich auch im Treffpunkt gelesen, aber das ist glaube ich derjenige, der gerade nach der Leistung von Bermann derjenige sein wird, der, wie soll ich das sagen, am unzufriedensten sein wird mit seiner Position beziehungsweise mit seinem, ja, ich will nicht sagen Ruf, aber ich meine, das sind einfach zwei Verteidiger zu viel, die eine Standplatzgarantie haben wollen oder haben müssen. Ich glaube, das könnte schon sein, dass er sich da nochmal einen neuen Verein sucht. Werden wir morgen sehen. Genau, werden wir morgen sehen. Morgen ist ja letzter Tag und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch passieren wird. Ich bin aber auch bei euch, ich sehe auch noch einen Neuzugang und einen Abgang, unabhängig voneinander, würde ich behaupten. Definitiv. Wenn wir uns zum Beispiel einen Innenverteidiger verlassen, dann bin ich eigentlich immer noch der Meinung, dass wir noch genug haben. Wenn uns wer im Zentrum verlassen sollte, zum Beispiel mit Kunze, dann wird es wahrscheinlich einen 1 zu 1 Wechsel geben und ich bin der Meinung, dass man vielleicht Hiegel oder Odua eigentlich verleihen sollte. Also verkaufen weiß ich nicht, aber verleihen wäre glaube ich das Sinnvollste. Wenn du Odua weghaben willst, dann Laie. Ich sehe in dem Jungen noch ein Potenzial, das uns irgendwann nochmal weiterbringen wird. Ja, ich sehe auch ein Hiegel-Potenzial, aber der hat halt nie so die Phase beim VfL jetzt in der dritten Liga gehabt, wo er mal seine 5, 6, 7 Spiele von Anfang an 70 Minuten spielt. Nein, aber wie gesagt, das kann sich ja, haben wir jetzt ja schon mehrfach gesagt, das wird sich oder kann sich ja jetzt massivst verändern unter dem neuen Trainer. Genau. Und deswegen können wir glaube ich in 7 Tagen oder vielleicht in 14 Tagen ein bisschen besser drüber reden, ein bisschen besser urteilen und aktuell sind das ja alles nur Spekulationen und Wünsche, die wir haben. Ja, ich würde behaupten, wir sprechen noch ganz kurz, aber nicht zu tief, über das Spiel gegen Oldenburg. Ich würde einfach mal behaupten, jeder gibt mal vielleicht ein, zwei Sätze ab zum Gegner oder ob er selber hinfährt oder wie auch immer und einen Tipp möchte ich haben für das Spiel am Samstag. Ich hoffe, ich hoffe, dass einfach mal Lorenz beginnt. Es wird ein unangenehmes Spiel, glaube ich, gegen Oldenburg, weil ich glaube, die sind, also für den Aussteiger relativ ordentlich in die Liga gestartet. Ich gucke es wieder mal im Stream. Stadion wird dieses Wochenende wieder nix und ich glaube oder ich hoffe, dass wir das Ding 2-1 ziehen. Sven, wie siehst du es? Also ich persönlich kann nur sagen, wer glaubt, dass das ein Selbstläufer wird am Wochenende, der liegt komplett falsch. Es wird definitiv kein Selbstläufer, aber trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass das entweder ein 2-0 oder ein 3-0 für uns wird. Du, aber ein 3-0 ist eigentlich schon ein Selbstläufer. Nein, nicht unbedingt. Es kann ja auch sein, dass die Tore zum 2-0 und 3-0 in der 85. und 91. Minute fallen. Ich hoffe nicht für mein Fußballherz. Soll noch ein bisschen länger schlagen. Ich bin aber leider auch nicht da. Ich schaffe es leider nicht. Okay. Ich bin vor Ort tatsächlich, ich feiere meinen Geburtstag mit Kollegen in Oldenburg. So hatten wir das geplant. Wir sind mit sechs Leuten da, werden uns das Spiel anschauen und sind dann halt den ganzen Tag und Abend und Nacht noch in Oldenburg unterwegs. Ich bin der Meinung, dass Schweinsteiger die Jungs so heiß machen wird und wirklich, und da sind wir bei dem Punkt, was ich vorhin nochmal sagte, dass sie dem so extrem zuhören werden und ihm einfach so viel, also dass dieses Vertrauen und diese Chemie zwischen Trainer und Mannschaft so schnell aufgebaut sein wird, dass wir Oldenburg deutlich schlagen werden und ich gehe in die Richtung 3 bis 4-0. Und wenn ich mich entscheiden würde oder sollte, dann würde ich sagen 4-0. Aufhörst! Ich glaube, du kannst als Trainer fast kein besseres Spiel haben gegen einen Aufsteiger. Klar, die sind gut gestartet und sind immer, darf man nicht unterschätzen, bla bla bla. aber als VfL aus Saarbrück sollten wir trotzdem wissen und sagen können, dass wir der klare Favorit sind und genauso das Spiel auch angehen. Einfach auf jedes, also jedes Tor wollen und jeden, mit jedem Spielzug, egal ob wir schon 3-4-0 führen, einfach das Tor machen wollen und mit so vielen Zuschauern, die da sein werden. Also das Stadion wird definitiv nicht ausverkauft sein, aber es werden sehr, sehr viele, also der Anteil der Osnabrücker Fans, gerade auch im Oldenburger Bereich, wird enorm hoch sein, was man so hört. Und ich glaube, es gibt eigentlich fast keinen besseren Einstand für so einen neuen Trainer. Und dann hast du noch, da unterhalten wir uns dann nächste Woche drüber, das Freitagabend Flutlichtspiel gegen den nächsten Aufsteiger Rot-Weiß-Essen. Besser hätte es eigentlich nicht funktionieren können für Schweinsteiger. Also das Letzte liegt es an ihm, ob er sich unsterblich machen will in Osnabrück nach so kurzer Zeit oder halt nicht. Was wir vielleicht vergessen haben zu erwähnen vorhin und ich hoffe, dass das eigentlich jedem klar ist, man sollte natürlich auch Tobias Schweinsteiger seine Zeit geben, sich zu entwickeln, sich anzukommen, Mannschaft kennenzulernen und, und, und. Wir haben zwar wen anders an der Seitenlinie, aber die Mannschaft ist immer noch dieselbe. Und wenn das im Sturm dann immer noch die nächsten zwei, drei Spiele nicht besser wird, dann müssen wir da auch da einfach die Ruhe bewahren und hoffen, dass sich das einfach mit einer längeren Phase dann einfach zeigt. Safe. Gute letzte Worte dafür. Das war mir eigentlich ganz wichtig zu sagen, weil ich weiß, wie das in Osnabrück ist. Es wird immer schon geurteilt, ohne dass jemand beweisen konnte, was Sache ist. Auch wenn es so vereinzelt Leute sind. Sehr, sehr gute Abschlussworte. Hätte ich besser sagen. Ja, ich gebe auch das Wort jetzt direkt an dich, weil du bist jetzt Quizmaster und hast hoffentlich ein paar schöne Fragen für uns vorbereitet. Das sind alles Schätzfragen, nehme ich an. Das sind alles definitiv Schätzfragen. Genau. Wir beginnen, also du wirst gleich die Frage stellen, dann antwortet erst Lorenz und danach ich. Alles klar, dann würde ich sagen, ich habe tatsächlich bei drei Fragen sehr tief in gewisse Statistiken reingehen müssen. Die hätte ich so definitiv auch nicht gewusst. Bin mal gespannt, ob ich einfach nur mich jetzt selber sehr überhype mit drei Fragen von denen oder ob es einfach wirklich so ist. Du solltest auf jeden Fall den Taschenrechner bereithalten, falls es dann irgendwie zu Problemen kommen sollte oder wenn wir... Den habe ich schon neben mir liegen, keine Sorge. Das habe ich nämlich letzte Woche verkackt. Ich würde einfach mal mit der ersten Frage beginnen. Okay. Das ist noch eine der einfacheren, aber die hätte ich definitiv zu 100% gewusst. Bin einfach mal gespannt, ob ihr da auch die so habt. Wie oft stieg der VfL Osnabrück bis jetzt in eine zweite Liga auf. Ja, Lorenz beginnt. Oh Gott. Siebenmal? Ich hätte jetzt auch siebenmal gesagt, aber damit wir nicht dasselbe sagen. Ich meine nämlich, dass es achtmal sind. Nein. Sieben ist tatsächlich die perfekte Antwort. Ja, okay. Aber wie machen wir das? Vielleicht jetzt mal kurz nebenbei, wenn wir beide dasselbe sagen. Dann kriegen beide einen Punkt, Ende. Ja, okay. Ich finde es immer schwierig, ich finde es immer schwierig, wenn beide das Gleiche sagen wollen und einer aber halt zuerst was sagt, dann muss der andere was anderes nehmen. Ja, dann machen wir... Und dann ist es kacke. Wenn ihr genau gleich nah dran seid, kriegt jeder einen Punkt und gut ist. Okay, dann machen wir es jetzt einfach ab sofort. Man kann einfach auch beide gleichzeitig, also beide dasselbe sagen, Punkt. Genau. Okay, Frage 2. Ja, Frage 2 ist... Joe Enox ist der Rekordspieler des VfL Osnabrück. Auf wie viele Einsätze kam er? Willst du erst ein? Soll ich wieder? Nee, nee, fang du immer an. Boah, was hat denn Enox für viele Spiele für uns gemacht? Tja, 350. Ich sage, es sind 325. Und damit geht der Punkt an Lorenz. Es sind 388 Einsätze. Oh, krass. Fast 400 Einsätze. So viele? Ja. Aber gut, viel Regionalliga, ne? Ja, aber trotzdem Rekordspieler, ne? Nee, nee, ich habe mich orientiert an Tim Danneberg, der weiß ich aber immer noch Rekordspieler in der Rekordspieler ist. Und da hat er auch 300 noch was. Dann gehen wir in die dritte Frage. Wie viele Tore schoss Daniel Thun in seiner aktiven Profikarriere für den VfL Osnabrück? 28. Ich sage 65. Herzlichen Glückwunsch, Aydin. Der Punkt geht an dich. Es sind genau 65. Und ich habe nicht gegoogelt, denn wir saßen am Samstag oder am Sonntag, ich weiß gar nicht, Samstag, genau, bei der Bundesliga-Konferenz und haben uns auch so ein bisschen bei den Transfermarkt-Statistiken gekramt. Und da hatte mich mein Bruder gefragt, wer denn die so die Tor, also die Top-Torjäger All-Time beim VfL sind. Und ich glaube, Thun war auf 2 oder 3. Naja, auf 5. Echt? Also Reichenberger war weit oben. Also ich kann es dir genau sagen, ich hatte mit Mika über die Fragen mal aus Spaß geschrieben. Ich hatte ihm das geschickt. Unser bester Torschütze war Gerd Volker Schock mit 93 Toren. Dann Thomas Reichenberger mit 82. Dann Theodor Schönhöft mit 72. Auf Platz 4 Herbert Mühlenberg mit 67. auf Platz 5 Daniel Thun mit 65 Toren und Christian Klaasen auf Platz 6 auch mit 65 Toren. Nur die Tore pro Spielquote ist bei Daniel Thun besser, weil er hat 23 Spiele weniger für den VfL gemacht wie Christian Klaasen. Ja, krass. Ja, dann steht es 2 zu 1 für Lorenz. Wir haben jetzt noch zwei Fragen, ne? So, und jetzt kommt meine absolute Lieblingsfrage, weil die ist echt böse. Die vierte Frage ist, wie viele Tore hat Marcos Alvarez für den VfL mehr geschossen wie Maida? Wie viele Tore mehr? Du willst jetzt nur wissen, wie? Okay, ich sag gar keins. Genau gleich wie er. Es sind, lass mich kurz, ich sehe, das ist vielleicht jetzt ein bisschen... Bist du nicht mit Alvarez befreundet? Ja, ich bin befreundet mit dem. Aber darüber haben wir nie gesprochen. Aber tatsächlich ist er auch in der All-Time-Liste weit oben vertreten, Markus Alvarez. Ich würde sagen, es sind 18 Tore mehr. Wer hatte noch 0 gesagt? Ich. Der ist tatsächlich näher dran, weil es sind 2. Echt nur 2 Tore? Marc Haider hat 49 Tore und Alvarez 51. Krass. Hätte ich nie gedacht, aber als ich die beiden in der Liste untereinander stehen sehen habe mit dem 2-Toren-Unterschied, musste ich die Frage einfach nehmen. Aber ich glaube, Alvarez hat viel weniger einsetzt. Viel weniger. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist sehr wahrscheinlich, ja. Ja. So, dann steht es 3-1 für Lorenz. Genau, ich kann jetzt noch Schönheitskosmetik betreiben. Genau. Und jetzt kommt eine Frage 5. Was ist das Durchschnittsalter der jüngsten und der ältesten Mannschaft, die je für den VfL Osnabrück aufgestellt wurden? Also brauchst du zwei Antworten von uns, ne? Genau, wir fangen mit der jüngsten an. Ich sage jüngste 21,5 und älteste sage ich 31 glatt. Ich sage, die jüngste liegt bei 23 und die älteste Mannschaft würde ich bei 29,7. Jetzt musst du viel rechnen, mein Freund. Ich weiß es aus dem Kopf. Damit würde jetzt quasi, wenn wir daraus eine 2-Punkte-Frage machen, ein Punkt an Aydin gehen, denn die jüngste Mannschaft war 20,7 Jahre alt und die älteste Mannschaft 31,3. Von daher geht der andere Punkt an Lorenz. Krass. Aber coole Fragen. es ist im Endeffekt ein Ausgang von 4 zu 2. Aber coole Fragen, muss man sagen. Da muss ich aber nächste Woche nachlegen mit den Fragen. Ja, ich habe auch, ich sage es dir wie es ist, ich habe die gehabt, habe mich selber gefeiert, habe sie Mika geschickt und Mika meinte nur, die sind geil. Das ist geil. Das ist geil. Ja, dann, ich glaube, du hattest letzte Woche verloren. Sven, du hast gewonnen. Ich glaube, ich hatte knapp gewonnen. Okay, weil dann gucken wir einfach mal am Ende der Saison, wer von uns beiden mehr Punkte beziehungsweise mehr Siege geholt hat. Dann führst du jetzt mit 1 zu 0 nach zwei Spielen oder nach jeweils einem Spiel. Lorenz, ich hoffe, dir hat es gefallen. Danke auf jeden Fall für deine Zeit. Ja, absolut. Danke nochmal für die Einladung. Hat mir echt viel Spaß gemacht hier bei euch. Sehr gerne. Da seht ihr natürlich auch, es lohnt sich hier Gast bei uns zu sein. Das heißt, kontaktiert mich auf irgendeiner Social Media Plattform. Falls ihr Bock habt, das nächste Mal mit dabei zu sein oder die nächsten Male, wir haben schon eine kleine Liste, eine kleine Warteliste mit ein paar Leuten, die auch dabei sein möchten. Dann trage ich euch ein und dann finden wir einen Termin zusammen. Denn wie wir vorhin schon sagten, es macht extrem viel Spaß für uns, aber auch für euch verschiedene Meinungen zu hören und verschiedene Ansichten auch. Deswegen auch ein Danke an Sven auf jeden Fall auch für deine Zeit, für die Fragen. Immer wieder gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische dann wieder am Mittwoch wieder für euch als Zuhörer und wünsche euch eine angenehme Zeit. Bleibt gesund und auf die drei Punkte in Oldenburg. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis denne.